Lob für das erneuerte Regierungsprogramm nach der Regierungserklärung heute im Bundesrat kam von den SPÖ- und ÖVP-Bundesratsabgeordneten. Das Programm habe die richtigen Antworten auf die Herausforderungen der Zeit. Kritik kam von FPÖ und den Grünen. Die FPÖ zweifelt an der Umsetzung. Die Grünen vermissen Klima- und Umweltschutz im Programm. Die neue Bundesratspräsidentin Sonja Liedl-Rossmann betonte heute in ihrer Antrittsrede die Wichtigkeit des Themas Pflege. Sie möchte ihre sechsmonatige Amtszeit mit dem Thema Zukunft der Pflege bestreiten. Mehr Politik gibt es heute ab 21.05 Uhr in einem ORF3-Spezial. Ingrid Turner spricht mit Journalistenlegende und Amerika-Kenner Hugo Portis über US-Präsident Donald Trump und die Folgen seiner Politik für die Welt. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.